Von hier starteten schon viele Unternehmensgründer ihre Karriere. Die EBS-Universität für Wirtschaft und Recht, eine der führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. Nach ihrem Studium gründete auch die Designerin Melena Jeckel ein erfolgreiches Start-up. Iphoria, eine Marke für Tech-Accessoires. Und jetzt sind wir in 35 Ländern, wir sind wahnsinnig erfolgreich in Asien, auch in Europa, in den USA. Wir haben den ersten Store in Tokio 2015 aufgemacht. Der EBS-Absolvent Manuel Konrad gründete 2014 die Nachrichtenplattform Merkurist. Er will damit dem Lokaljournalismus in Deutschland ein neues Gesicht geben. Der Gründergeist an der EBS kein Zufall, meint Professor Christian Landau. Das Entscheidende ist, dass man hier an der EBS lernt, Verantwortung zu überlegen, Dinge zu gestalten, sich einzubringen. Das ist für mich der Kern von Unternehmertum, was man als wirklicher Unternehmer im klassischen Sinne zu leisten hat. Im Netzwerk der SRH Higher Education bildet die EBS-Universität junge Menschen aus, die etwas bewegen wollen.